Schicksalhaftes Missgeschick Schutzeinlage in der Waschmaschine Zunächst ärgert es Pia nur, dass die Waschmaschine ausgerechnet am Wochenende ihren Geist aufgibt. Doch als der gut aussehende Monteur eine benutzte Inkontinenzeinlage aus der Maschine fischt, schämt sie sich zusätzlich. Allerdings ohne Grund, wie sie sich herausstellt, denn Henry hat eine ganz spezielle erotische Vorliebe. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de